Und damit ein herzliches Willkommen zurück liebe Freunde zu Firewatch. Hier ist euer guter Hobbinger und heute geht es endlich weiter mit diesem Spiel. So, also wir müssen zurück nach, zurück zu unserem Feuerwachtturm. Also, ich habe ein bisschen eine Konfession zu machen. Alles gerade ignorieren. Kein Problem, das kennen wir ja schon. Halten, heranzoomen, das kennen wir auch. Also, wir müssen jetzt zu unserem Feuerwachtturm zurück. Und, dazu müssen wir klettern. Was ist passiert? Oh. Ah nein, ich dachte ich hätte was gesehen. Aber, Ah, hier. Wie komme ich zu meinem Turm? Hey, ich kann meine Tauern sehen. Wie komme ich zurück? Wenn es der, der ich denke, ist, sollte es ein altes Traum sein. Die Forrest-Service hat ein paar Jahre zurück geöffnet. Und ich bin sicher, dass die Reaktionen, um es zu klettern, haben nichts mit Sicherheit zu tun, oder? Oh, es wurde weggebrannt und wurde eine fucking Death-Trap. Also, du weißt, Bekommst du nicht. Okay, also. Das wird, glaube ich, ein, äh, richtig, äh, ein richtiger Kampf werden. Der Weg zurück nach Hause. Ja, scha-schau, wir müssen mal auf der Karte. Nein, nicht der Kompass. Karte, bitte. Kehr zum Feuerwachtturm. Wir sind hier. Dieser rote, brärende Punkt sind wir. Und der Volkslookout ist hier unten. Das heißt, wir müssen über die Höhne dort unten. Verstehe. Wir müssen also den See entlang, hier. Damit wir... Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning. It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Oh, danke. I got hit by lightning when I was nine years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice, all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan, who got hit by lightning seven times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe it? Das kann ich wirklich nicht. Öffnen. Ihr kennt die Kombi. Eins, zwei, drei. Jackpot. Haha. Karteinformationen abschreiben, das ist ganz wichtig. So, damit hätten wir es. Äh, was haben wir denn hier noch? Eine Taschenlampe. There's one in there? Great. Well, the sun's gonna go down soon, so if the battery still works, you're in luck. Versteh, jetzt haben wir uns noch. Und ein Horn. Yeah, I get the sense that not everything in here is useful. In the boxes? Why is that? I don't really know what I'll do with the deerhorn. First, they're called Antlers. And secondly, stay out here long enough and you'll get creative. Hahaha. Das macht Spaß. Okay, ähm. Schauen wir wieder auf der Karte. Wir haben ein bisschen Fortschritte gemacht. Wir müssen jetzt... Äh. Ah, hier ist ja eine Höhle. Was ist in der Höhle? What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Uh, another lookout? They go in? They never come out. Ah, so this is another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. Hisssss. Okay. Mit dem Echo der Höhle spielen. Hallo! Hallo! Das war... Oh, verschlossenes Tor. This cave is gated off. It's to stop Spilunkers from dying without getting the keys from the Forest Service Office first. Makes sense. Although Debbie says she lost him like three years ago, so maybe it's Mr. Reaser locked away for good. Eh, that's too bad. I used to go caving in Colorado with someone with me. Really nice to pick that back up. On memories, huh? Big time. I'll, uh, I'll keep an eye out for those keys. Don't hold your breath. Ah! Ah! Okay, wir kommen hier nicht rein. Also. Äh. Ah, hier. Natürlich. Felsen. Hoch. Klettern. Ja! Huh. Das hier Spiel ist wirklich sehr interessant. Achso. Es ist... Oha! Was zum... There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Whoa! Hey! Come zurück! Is he doing anything else? I... I don't think so. Henry, there's... There's something I... Something someone should have told you about this area. What is it? It's... Outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's... It's madness. Yeah, yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere, is part of the fun. Okay. Ihr seht, Freunde, jetzt geht's richtig los. Wow. Das sieht wirklich richtig comic-artig aus. Also, eh, ohne Witz jetzt. Ähm. Okay, hier geht's weiter. Wir sind gleich da, Freunde. Oh. Eins, zwei... Ja! Okay, wohin ist der Typ verschwunden? Er stand hier. Okay, wir gehen weiter hier rauf. Die Taschenlampe. Und rennen. Ah, hier, der Felsvorsprung. Taschenlampe aus. Und... Rauf! Felsen hoch. Klett. Klett. Dann nochmal hier. Weg gesperrt, Schild. Uh... Uh, well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah. I took care of the block path. Um, it was back-breaking, but, you know, anything for the service. Das ist interessant. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Das war fast. Ja, du hast eine Idee, wer hätte das getan? Ich weiß nicht, wer hier ist. Ich weiß nicht, ich habe niemals einen Bezug auf die Verwaltung für die Verwaltung. Great. Ich kann nicht glauben, dass jemand das tun würde. Ich meine, ich beschäftige mich über die Beine und die Feuer und das ist es. Und jetzt habe ich mich über die Frage, wer weiß was da. Okay. In der Morgen werde ich meine Freundin Patty, die hier in Cody arbeiten. Sie haben eine Liste von allen, die in und aus der Trailhead sind... ...und ich weiß nicht, dass wir eine Liste von Namen haben. Wir werden nicht viel bekommen. Wir werden nicht viel bekommen, aber wenn etwas anderes passiert ist, können wir uns referieren und sehen, ob etwas kommt. Geil. 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 Ich brauche dich, dass du hier sicher fühlst. Geil. Geil. Das war irgendwie eine schlechte Idee. Grenade? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich komme zum Tag. Willkommen! Geil. Ich bin wundern, wundern. Was ist dein Problem? Unsere Problem. Sorry, unser Problem. Das Sturm hat die Telefonklinie ausgesucht, die ich mit dem Service spreche. Das bedeutet, dass wir geschlossen sind. Ich versuchte radioen, und das ist nicht funktioniert. Kann ich das fixieren? Well, du kannst wahrscheinlich nicht, aber was du kannst, ist, zu gehen, wo die Wire durchschnittlich durchschnittlich ist, und zurückkommt, wenn es runterkommt. Dann kann ich einen Ranger aufhören, um jemanden aufzunehmen. Okay, ich kann das tun. Wo ist es? Remember die cave du hiked durchschnittlich gestern hast? Ja, natürlich. Also, du willst nach hinten, durchschnittlich 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 durchschnittlich? Will do. Thanks, Hank. Es ist Henry. What, du nicht like Hank? Ja, ich nicht like Hank. Aber Thanks rhymes mit Hank. Nein, es nicht. Okay, gut. Ah, dieses Spiel macht einen verrückt. Okay, ähm. Ja, schön. So. Also, unser... Was müssen wir jetzt? Prüfe die Fernbedienleitung durch des Canyons. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute.